Hallo und herzlich willkommen auf Gutschein-Rounge.de. Wir zeigen euch heute, wie einfach hier einen Bauer-Gutschein von uns einlösen könnt. Dafür ist es erstmal erforderlich, die Bauer-Gutschein-Seite bei uns zu öffnen und hier im oberen Bereich werden gleich unterschiedliche Gutschein-Aktionen angezeigt. Derzeit gibt es zum Beispiel 15 Euro Rabatt auf Mode, Schuh oder Wohnsortiment und wir möchten euch heute zeigen, wie einfach ihr diesen Rabatt erhaltet. Dafür müsst ihr zuerst auf die Schaltfläche Gutschein-Code anzeigen und Shop öffnen klicken. Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster mit einigen Details zur Gutschein-Aktion. Man kann sich hier oben den Code an sich direkt kopieren, indem man auf das Scheren-Summel klickt. Darunter gibt es Informationen zur Gültigkeit, zum Mindestbestellwert hier in Höhe von 50 Euro. Bedingungen werden noch angezeigt und Einlösehinweise ebenfalls. Im anderen Tab hat sich nun bereits die Internetseite von bauer.de geöffnet und es liegen natürlich nun bei euch hier die ausgewählten Artikel, die hier gültig sind, auf den Gutschein in den Warenkorb zu legen. Ich habe hier etwas vorbereitet, ihr müsst nämlich nun in den Warenkorb gehen und euch danach erstmal anmelden oder registrieren. Und im vierten Schritt habt ihr dann die Möglichkeit bei Prüfen und Bestellen oben in das Textfeld zu klicken, einen Rechtsklick zu machen, auf Einfügen zu klicken und mit dem Klick auf Einlösen kurzerhand zu bestätigen. Die Gesamtsumme betrug gerade eben noch 78 Euro und nun hat sie sich kurzerhand reduziert auf 63,94 Euro. Und so einfach ist es möglich mit unseren Gutscheinen etwas Geld bei der nächsten Bestellung zu sparen. Das war es von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao!